Einmal im Garten ein Tarnetz spannen und vorne ein Ofenrohr rausgucken lassen, damit es aussieht von oben wie ein Panzer. Jetzt machen das 10 Millionen Deutsche gleichzeitig in einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Was meinst du, was am nächsten Morgen beim Ami los ist, wenn ihr auf sein Satellitenfoto von Deutschland drauf schaut? Fuck, er ist wieder da! Schmitzige fallen mir gar nicht. Sag ich, ja, du sollst mich heilen und nicht heiraten. Hat er mich abgetastet? Gemeint, ach Gott, du bist ja süß. Und willst du, soll ich dich mal hochheben? Ja genau, und immer, ooooh! Papa! Darf ich dich mal hochheben? Nicht auf die Straße rennen. Nicht auf die Straße rennen. Guck mal, dein Helm ist auch schon gestanzt. Zack. Nehmen wir einfach mit nachher. Wunderbar. Nein, ähm, jetzt hab ich den Text vergessen. Mama, wo war ich? Egal. Von 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann kam zum Schluss noch gut gelaunt der Oberarzt auf mich zu. Sag, danke schön, du bist ja mein Schatz. Dann kam der Oberarzt und sagt zu mir. Er sagt so, ausbilder Schmitt! Ja, das bin ich. Wunderbar, dass ich noch kundlos fliegen für die Kameraden, Kameradinnen eine Show spielen. Zur Ehre, dass sie vorne bei mir im Cockpit mitfliegen. Ich so, ooooh! Ist das besser oder schlechter? Er sagt, er kommt drauf an, da sehen Sie schön, wenn wir kundlos reinfliegen. Und ich sag, weißt du was, Herr General? Ich bleib hier hinten sitzen. Und er sagt jetzt zu mir, wortwörtlich, schwul oder was? Also, bist du eigentlich gedient? Ja. Und wo? Luftwaffe. Luftwaffe. Ich leide privat in Zivil unterm Ausbilder-Tourette. Das ist ein Problem. Du gehst in Zivil in den Supermarkt rein, in eine riesen Schlange, dann hörst du dich rumpullen. Mach mal hin, zack, zack. Oder war neulich mit meiner Frau essen und da kommt der Kellner mit so einem Gruß aus der Küche an. Sag, was ist das denn? Fliegen Schiss an Läuseschenkel? Also, einen Warnschuss ab. Und auch wenn du geblitzt wirst mit dem Panzer, kein Problem. Hältst du an, rückwärtsgang rein. Hat sich erledigt. Kommt noch gerade an der Brücke da hinten sehr gut, ne? Was hat ne Ehefrau und ne Handgranate gemeinsam? Ziehst den Ring ab, ist das Haus weg. Kennt ihr das Emsland? Ja. Furchtbar. Im Emsland merkst du, eine jahrhundertlange Inzucht hat seinen Preis. Seitdem hat keiner gelacht. Der einzige Gelachter hat mal ein achtjähriger Junge, der war Autist. Furchtbar. Der ist im Emsland, der steht vorne in der ersten Reihe, äh, so einer wie du. Guckt die ganze Zeit so an. Du spielst ihn an, versuchst witzig zu sein. Den ganzen Namen. Nach zwei Stunden macht er den Mund auf. Du denkst, jetzt hast du ihn, da hat er gegangt. Mein Name ist Ausbilder Schmidt. Wer hat alles gedient? Du hast nicht gedient? Raus. Ich bin ja schon lange bei der Bundeswehr. Ich bin ja damals mit 17 Jahren direkt nach der fünften Klasse zum Bot. Wo wurde der härteste Ausbilder, wo ich sagen, der Zeit der Wehrpflicht. Was hab ich für tolle Rekruten gehabt. Hier einen Hühnen aus Norden, Hauke. Ein Bergarbeiter aus Bochum, Ernst Fili. Was hast du heute bei der Freiwilligen Armee? Justin Kevin aus Klauchau. Justin Kevin, was ist der Vor- und was ist der Nachname? Justin Kevin ist der Vorname, der Nachname ist Gößenbröt. Mit wie viel Öl schreibt man denn Gößenbröt? Na, Gößenbröt schreibt man nicht mit Ö, sondern mit Ö. So eine Rentner-Armee. So eine Ü99. Stell dir mal vor, 500 Busse vollgepackt mit 100 Jahren alten Rentnern. Allein schon 30.000 Gehhilfen eine unüberwindbare Panzersperre. Und guck mal, so einen alten Opa kannst du schicken. Sagst du, lauf, Opa, lauf! Dann rennt der. Der Feind ruft, Alter, bleib stehen oder wir schießen. Der hört nichts, der rennt weiter. Die sind mit Altersflecken übersät. Was für eine Tarnung. Und wenn so ein alter Opa was hört, dann hört er den Feind rufen. Ey Opa, wir geben dir Saures. Dann ruft der zurück, scheißegal, ich hab Zucker. So ein 100 Jahre alter Opa, der ist vollgestopft mit Chemie. Guck mal, was der alles in sich hat. Insulin, Viagra, Klosterfrau Melissengeist. Aber wenn du auf die schießt, die brennen drei Tage. Oh, jetzt hab ich Frauen gesagt. Darf man das denn noch sagen? In diesem politisch korrekten Land. Guck mal, was du alles nicht mehr sagen darfst. Zigeunersoße darfst nicht mehr sagen. Musst du sagen, Sinti und Roma Dressing. Luder, darf ich mehr sagen, muss ich sagen, öffentliches Verkehrsmittel. Also darf ich noch, darf ich noch Frauen sagen oder muss ich da auch so drum herum reden? Unmann, Antimaskulin oder Menschen mit Menstruationshintergrund. Selbst ich, als dienstältester und härtester Ausbilder der Bundeswehr, hab seit zwei Jahren eine Chefin. Die Ursula. Verteidigungsministerin, klar, wie sieben Kinder, kann auch eine Armee führen. Aber wir müssen nur kommen, gibt ja keine Wehrpflicht mehr. Die jungen Leute gehen nicht mehr zum Bund. Ursula hält an den jungen Leuten fest. Deswegen hat sie die Ausbildungsmethoden beim Bund erleichtert. Super. Kann ich demnächst die Rekruten um halb elf in dem Milchkaffee am Bett wecken. Und die will auch gar nicht mehr diesen harten Ausbilder Schmidt, der morgens um halb fünf die Stubentür eintritt. Raus ihr Bettnässer, hundert Liegestütze, muahaha. Nein, Ursula will weiche Ausbilder. Die will knuffige Ausbilder. Die will so einen Ausbildertyp, Kallmund. Der kommt morgens schon erschöpft in die Stube rein, so. So, Kamerade. Manöver fällt aus. Wir gehen halt schön grillen. Hör mal, da schmeißen wir alles auf die Grill drauf. Halbe Hähnchen, jense Hähnchen. Gemüse weg, fritten drauf, Söschchen drauf. Und dann frissen wir uns voll. Und dann lassen wir uns über England als Galorienbombe raus schmeißen. Ich hab ja einen Sohn, mein Sohn mit dem schönen Doppelvornamen Ruckzuck. Der Doppelname hat nichts zum Zeugungsakt zu tun, sonst hieß er nur Ruck. Und ja, mein Sohn ist mittlerweile 13 Jahre alt. Der wird frech. Er kam ja doch letztens ja Papa und ich kann doch keiner leiden, sag ich ja. Und wenn ich jemanden sehe, mit der mich mag, schaue ich in den Spiegel. Und mein Sohn, wie gesagt, 13 Jahre alt, nur noch das Handy in der Hand. Nur noch hier, Facebook, 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 Facebook. Die gehen ja so über die Straße heute, haben Sie es mal gesehen? Hier, so, so gehen die über die Straße. Wir Menschen haben ja tausend gebraut, um zu lernen, aufrecht zu gehen. Heute, die entwickeln sich zurück. Ich hab doch mein Sohn letztens ja Papa. Ich hab so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, meld dich ab, geh arbeiten. Ich hab so viele Klicks auf Facebook, ich kann damit Geld verdienen. Sag mal, Junge, ich kann dir sagen, wie du mit Facebook Geld verdienen kannst. Geh auf Einstellung, meld dich ab, geh arbeiten. Ich war neulich mal im Kindergarten und hab so ein bisschen die Befürchtung, da fängt die Verweichlichung an. Guck mal, wie heißen denn heute die Kindergärtnerinnen? Mia, Pia und Konchkanchen. Zu meiner Zeit war das noch Tante Brunhilde oder Fräulein Rottenmeier. Und sind wir doch mal ehrlich, wir wollen doch selbstbewusste Kinder. Selbstbewusste Kinder, die auch mal zu ihrer Mutter sagen, Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein, egal ob vom Schwein oder vom Rind, meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Mama, deine Bio-Gemüse-Lasagne schmeckt scheiße. Mach da Fleisch rein, egal ob vom Schwein oder vom Rind, meinetwegen nimm den Hamster von meinem kleinen Bruder. Kinder, die am Weltspartag zur Volksbank gehen und sagen, pass mal auf, steckt euch eure Luftballons sonst wohin. Wenn ihr es jemals wagen solltet, mein Erspartes zu verzocken, komm ich wieder und dann mach ich den Weg frei. Tante Ausbilder Schmidt, mua, alles geändert, alles. Aus stille Treppe wurde 100 Liegestütze. Kommen die Kinder mittags heim und legen sich direkt ins Bett, sind die kleinen Rackhammer ausgelastet. Und kennt ihr doch im Kindergarten diese Kleiderhäckchen mit den Tierbildern, kennt ihr das noch? Kommen alle weg, kommen Bilder von Panzern drauf. Leo 1, Leo 2, Tiger, Wiesel sind auch Tiere. Da lacht nur der, der gedient hat. Und da habt ihr heute mal so einen Kindergartenspielplatz gesehen. Der ist ja sowas von sicher. Der ist komplett mit Gummimatten ausgelegt. Da fällt das Kind vom Gerüst runter, federt hoch, hat Spaß und winkt und rauf. Wenn es früher vom Gerüst gefallen hat, hat ein Loch im Kopf. Hat es geschadet. Und da habt ihr heute mal so eine Kindergartenrutsche gesehen. Eine Kindergartenrutsche heute. Die ist zwei Meter lang, hat ein Gefälle von vier Prozent. Und da fährt das 60 Kilo schwere Kind mit einem Stundenkilometer runter. Das sind die Kinder, die fahren später auf der Autobahn 80. Wollen wir das? Nein. Deswegen habe ich die Kindergartenrutsche auf 100 Meter verlängert. Gefälle auf 75 Prozent erhöht. Bahn eingefettet und Falltürn für dicke Kinder eingebaut. Sag, Blinder, was ist das denn? Sag, ja, ja. Das ist ein Organ ohne Funktion. Sag, wie bitte? Ein Organ ohne Funktion in meinem Körper? Dann raus mit dem Sigmar Gabriel. Das ist ja alles kaputt. Guck mal hier, kaputte G36, kaputte Tornados, schlechte Ausrüstung, gefälscht hat CO2-Ausstoß beim Panzer Leopard 2. Und das bisschen, was da ist, wird noch Umweltgesichtspunkten modernisiert. Demnächst fährt mein Panzer mit Solarstrom. Der Armee lacht uns aus. Er sagt, nachts greifen die Deutschen nicht an. Das ist ja alles kaputt.